Zerfuß Leute! So, da haben wir wieder alte Schmankerle. Doppelschlag-Feuerwerksbombe von Pinto Feuerwerk. Altklasse 2 von Österreich. Da sind eben sechs Doppelschlagbomben drin. So soll das ausschauen. Sechs Stück. Und ja, so gehen wir, machen wir mal auf das Ding, oder? Let's go! So, da haben wir das Rädchen. Papua. Und das ist ja schon. So, dann geht's da wieder rein. Machen wir da die Doppelschlagschelle rein ins Rädchen. Und los geht's, oder? So. 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 Aber Bärchen sind nicht gut. Ja, es hat ja echt nichts lässigeres gegeben, als wir die Scheiße jetzt hier. Ja, ist schon cool. Aber leider vorbei, das ist alldokliert, Alter. Schau, was das für ein Schnall tut, gell? Dass das immer umhaut, gell? Ja. Und Rachen dort scheren, sowas soll es sein. Aber das war's, das sollte schön sein. Leider gibt es das sonst nicht mehr, oder wird auch nicht mehr hergestellt. Aber, das wäre es soweit gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und Servus!